Hallo und herzlich willkommen zurück im schönen Schütteltal! So, mal wieder vergessen die Zeit mitlaufen zu lassen. Und ich hab die Grafik mal eben ein bisschen runtergeschraubt, weil heute will irgendwie der Rechner nicht. Ich weiß nicht woran es liegt und ich muss einiges erklären. Die Let's Play Welt sozusagen ist mir... Oh, Alter! Ist mir abgeschmiert, also habe ich eine neue kreiert. Und dementsprechend sieht die jetzt auch anders aus. Ich hab vorgespielt bis ungefähr da, wo wir das letzte Mal auch waren. Allerdings habe ich ein paar Häuser dazu gemacht, weil ich daraus gelernt habe, mehr Häuser, ergo mehr Einwohner. Sieht man da oben. Ähm, womit ich gleich weitermachen werde... Ähm, oh, heute leckt's aber wirklich. Das, da ist schon ein Herbalist. Ähm... Da ist einer. Sag mal, hier sind überall schon Herbalists. Da ist einer. Höchstens hier können wir noch einen hersetzen. Und dementsprechend die Prio auch ein bisschen hochschrauben. Ich weiß wirklich nicht, was heute los ist. Vor allem, weil er sich so langsam bewegt. Anscheinend hat er rechne heute ein paar kleinere Schwierigkeiten. Ja, immerhin nehmen sie das Zeug mit. Essen haben wir ja jetzt genug, obwohl wir schon so viele Häuser haben. Das ermutigt mich... Boah, komm schon. Fast schon noch eins hinzubauen. Ah, ich weiß noch nicht so recht. Ach komm, hau mal einfach hin. Und lassen die einfach mal machen. Mal gucken, ob wir wieder... So, haben wir wieder elf Arbeiter. Die können sich da wieder drüber hermachen. Ah, da kommen sie schon. Siehst du mal. So ist richtig, so ist gut. Weil je mehr Häuser, desto mehr Kinder und desto mehr Einwohner. Weiß man ja. Ja, kommt schon. Mal gucken. Mal lukki, lukki. Oh. Und da steht es auch schon. Na, ich habe hier was vor. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Na, komm schon. Zack. Oh, ein Trader ist da. Und wir haben schon wieder zwei Leute. Ähm, wo ist das jetzt die Anzeige? Die hier war es. Ne, ja. Die habe ich gern immer offen. Gut, hier bauen sie schön ab. Die Speicher sind einigermaßen... Boah, 17.000. Hier sind noch mal zwei Speicher. Also eigentlich haben wir wirklich genug. Steht der Herberliste hinten jetzt schon oder ist er immer noch nicht gebaut? Warte mal, wo habe ich den denn gebaut? Sag bloß, wir haben schon wieder zwei. Ah, die mache ich mal da drauf. Brücken... Oh, wir haben ein Achievement. Smiles all around. Yay, wir haben ein Achievement. Juhu. Unser erstes Achievement. Siehst du mal. Überall sind sie glücklich. So ziemlich. Naja, glücklich ist relativ, aber... Wie weit sind sie denn in der Kohlemine? 66 remaining. Äh, was... Stone, stimmt ja. Stone wird da geschürft. Ja, unser erstes Achievement. Ich würde mich fast schon trauen. Ah, da oben. Da oben, da oben. Was? Der hat Hunger? Dann soll er mal heimgehen. Dann hat er gleich keinen Hunger mehr. Nein! Wegen dem kleinen Popel da hinten. Nein! Nein! Ah, leck mich doch. Dann halt so. Zack. Wir haben sie ja einfach, ne? So. Dann sollen sie da mal wieder schön was hintragen. Die Straße... Was crushed by a rock. Na, das ist ja noch einigermaßen annehmbar. Machen wir mal 13 Bilder. 15 Essen, das geht. Äh, ich glaube... Uns fehlt es an Stein. Uns fehlt es an Stein. Hier irgendwo war doch noch Stein. Ah, da genau. Sollen sie mal... Sollen sie mal das da abbauen, das da... Das da... Mensch, hier ist so viel Stein. Sollen sie mal... Zoomen, 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 zoomen. Äh, wieso tragt ihr den Stein... Nicht gleich daher. Okay. Wenn ihr meint... Oh, Stone ist voll. Ach, Loks fehlen. Ach so. Oh, die können wir natürlich auch da hinten holen. Indem wir es erst mal hier raussägen. Hier wird gecancelt. Sind sie ja schon am Hacken? Nee, ne? Also, Leute. Ihr enttäuscht mich. Das steht auf 10-fach. Ja, genau. Mach doch mal hin, ne? Die sehen schon wieder... Ah, 49. Ich glaube, ich mache 50 Farmer. Dann geht das alles ein bisschen schneller, weil überall dann 2 oder 3 Stück beschäftigt sind. Das ist dann wesentlich angenehmer. Und ich hoffe mal, das nächste Mal ruckelt es da nicht so. Wäre eigentlich ganz praktisch. Ich mache die Folgen jetzt sowieso 20 Minuten oder länger. Einfach, damit man mehr vom Spiel hat. Die Folge ist halt ein bisschen ruckelig, belastet. Aber... Passiert. Da sind die Häuser. Na? Cutten die auch schön. Können die jetzt auch mal bitte da anfangen zu bauen? Oder wie sieht es aus? Da ist ein Hörbelis. Aber die Gesundheit sinkt. Sie sinkt ständig herab. Ne. Damit fangen wir jetzt mal gar nicht an. Kommt schon. Mach doch bitte das Haus. Wie sie alle vorbeilaufen, aber nichts machen. Hallo. Nummerarten. Geil. Zehn Stück. Erlauben. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das geht so nicht. Macht hin. Baut mal ein Haus. Ja, los. Ja, los. Komm schon. Bevor es Winter wird, müssen Häuser stehen. Aber ich glaube, ich mache das mal folgendermaßen. Haha. Ich sehe noch irgendwo Platz. Bumm. Baue ich die Nomaden einfach mal da hin. Ja, noch ein bisschen. Stonehammer wesentlich genug. Nein. Nein. Hier führe ich dann mal die Häuser fort. Wie viele Obdachlose haben wir jetzt? Nein, komm schon. Ich bezweifle gerade, ob das eine gute Idee war. Gut, da ernten sie schon wieder. Sehr schön. Ja, da ist noch wesentlich mehr da, als gebraucht wird, fast schon. Das heißt, wir leben wieder im Überfluss. Das hat aber nichts zu heißen. Mal gucken. Neun Stück. Neun. Ich schicke dir einfach mal... Ich schicke dir einfach mal... Da rein und den Rest schicke ich am besten in die Minen, würde ich mal sagen. Na, kommt schon. Schon wieder zu Wachs. Ach stimmt ja, Pharma wollte ich ja 50 machen. Pharmazeutiger. Und das Essen wächst wieder. Sehr schön. Sobald das hier mal fertig ist, können wir die mal notdürftig unterbringen und dann dementsprechend wird es jetzt gleich Winter. Das war mir klar. Ne, doch nicht. Und dann können wir es wieder abreißen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Ganz einfach. Trader, was hat er denn? Nö, brauche ich nicht. 77, kommt schon. Und wir haben schon wesentlich über 100 Leute. Da seht ihr mal. In der letzten Aufnahme noch irgendwas mit 60 oder so und jetzt über 100. 139, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Und es wird Winter. Und die haben ein Kind. Sehr schön. Macht schneller. Die erfrieren mir sonst. Dich wollte ich doch gar nicht anklicken, du Magd. Na, 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 na. Alter. Ja, so geht es natürlich auch. 94, komm schon. Es sollen keine sterben. Bitte nicht. Ja, 95. Los. Hätte ich früher bauen sollen vielleicht. 96, komm. Los. Das packt ihr, das packt ihr. 97, los, komm schon. Los. 3 Prozent. Ah. Na gut, die kriegen das schon hin. 98. Ein Schlag gemacht und geht. 99. Ja. Ja, 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 bitte. 100. Ja. Hahaha. Jetzt friert keiner mehr. Beziehungsweise es dürfte auch keiner mehr obdachlos sein. 17.000 Nahrung. Boah. Ich glaube, das reicht. Aber man kann ja nie genügend Essen haben. Stimmt's? Halt, was ist das für ein Feld? 11 mal 11. 11 mal 11. Dann lasse ich dir das Feld gleich mal ausheben. Und da können ja noch ungefähr zwei Stück dran. Oh, mehr als zwei. Das geht dann bis zu einem Berg hier. Doch, zwei Stück dürften eigentlich ganz gut sein. Und die Herzen halten sich permanent auf zwei. Ich hätte es gern schon ein bisschen höher, wenn es geht. Ja, ich stelle da schon Ansprüche. Na, kommt schon. Obwohl, mit dem Feld können Sie sich ja Zeit lassen. Das dauert ja, bis wir das brauchen noch ein bisschen. Man merkt schon, wenn die Folgen ein bisschen länger sind, hat man auch wesentlich mehr Zeit, um sich so ein bisschen drum zu kümmern, was man überhaupt bauen möchte. Weil, wenn man eine Woche aussetzt, so wie ich, ich lade nur einmal die Woche jeweils einen Part von einem Let's Play hoch. Deswegen auch vier Videos, vier Projekte. Hätte ich nur eins, hätte ich vier Parts. Oh, oh. Pumpkin. Nein, 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 zwei reichen, zwei reichen. So, jetzt baue ich da außenrum noch einen schönen Dreckweg. Und remove mal ein bisschen die Bäumchen hier. Hallo, plantst ihr schon? Hallo? Sieht nicht wirklich danach aus. Den Baum haben wir auch noch weg. Loks haben wir sowieso nicht viel. Mist. Da haue ich die mal weg. Und die haue ich mal weg. Boah. Mist. Der soll mal cutten. Jetzt haben wir wieder null. Habe ich nicht drauf geachtet. Mist. Ähm. Der cuttet auch nur. Aber dass das ein bisschen schneller geht, schicke ich da mal Leute hin. 65% remaining. Kohle haben wir null. Herbst haben wir eins. Wir halten uns auch permanent auf dem Zweiherzchen fest, ne? Oh, warte. Na, 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 na. Die fangen an zu frieren. Woodcutter mache ich mal zwei. Na, komm schon. Firewood 20. Gut. Ne, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Die produziert schön Feuerholz. Ja, oh, oh. Oh, oh. Die frieren. Unbedingt müssen wieder Loks her. Äh, Loks haben wir jetzt. Firewood. Arbeitet schneller. Ich glaube, der Opa macht gleich... Auf Wiedersehen.